Gleich geht es los, Leute. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. So, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Dirty Swamp. Ja, die Ereignisse spitzen sich zu. Jiran wurde entführt. Wieso schleppst du eigentlich so viel Zeug mit dir herum? War gar nicht so einfach, dich bis ins Dorf zu tragen. Ja, auf jeden Fall. Jiran wurde entführt. Wir wurden schlafen gelegt und unsere Amulettstücke wurden geklaut. Mach bloß keinen Ärger, verstanden? Und anscheinend hat der uns befummelt, als er uns hergebracht hat. Yay. So, jetzt quatschen wir erstmal mit dem hier. Drakosch, ich brauche deine Hilfe. Danke, Drakosch. Anscheinend brauche ich doch nicht deine Hilfe. Dann gehen wir zu dem alten Sack da oben. Tartan. Ein Mann von Welt. Nur am Rauchen, der Mann. So, wie hieß du nochmal? Varag. Hallo, Varag. Die Schwarzmagier haben Jiran. Wie? Was sagst du da? Ich bin gerade erst wieder zurück von meiner Suche nach dem dritten Fragment. Im Tempel hat mich eine der Schwarzmagier erwartet und behauptet, dass sie Jiran in ihrer Gewalt hätten. Das ist gar nicht gut. Ich habe Jiran nämlich nicht mehr gesehen, nachdem er mit dir zum Tempel ist. Und ich dachte, dass er einfach viel zu tun hat in seinem Lager. Drakosch hat mir berichtet, dass er dich schlafend im Tempel vorgefunden hat, nachdem er einen Magier in blauer Robe verjagt hat. Scheint so, als wärst du noch einmal davon gekommen. Aber Jiran nicht. Und was das Amulett betrifft, er muss mir die drei Fragmente abgenommen haben, kurz bevor Drakosch kam. Du hattest das dritte Fragment also bei dir? Also haben sie es trotz eurer Mühen geschafft, fast alle Fragmente in die Finger zu bekommen. Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Das vierte Fragment haben sie auch schon. Was sagst du da? Ich habe in einem anderen Tempel Hinweise darauf gefunden, dass dort das vierte Fragment gewesen ist. Alles spricht dafür, dass die Schwarzmagier bereits dort gewesen sind. Bei Adanos. Uns läuft die Zeit davon. Was machen wir jetzt? Uns bleiben nicht viele Möglichkeiten. Eins steht fest. Wir müssen die Schwarzmagier aufhalten, bevor es ihnen gelingt, das Amulett zusammenzufügen. Schaffen wir das nicht, bedeutet das wahrscheinlich das Ende für unser Dorf. Und wer weiß, dass sie gerade mit Jiran ansteht. Das wollen wir ja nicht wissen. Vor allen Dingen, die Betonung liegt immer auf wir. Wir müssen den Plan der Schwarzmagier vereiteln. Was für ein verficktes wir, Kumpel. Du machst den ganzen Tag nichts. Ich habe dich in der ganzen Quest hier noch nicht einmal irgendwo anders sehen. Außer hier oben und irgendwie beim Tempel. Da hast du ein bisschen rumgelungert. Und in der Höhle mit Jiran. Du hast noch überhaupt nichts gemacht. Hast du schon einen Plan? Ja, ich habe bereits eine Idee. Aber sie wird dir nicht gefallen. Was meinst du damit? Ich habe zwischen den Zeilen gelesen, dass du nicht gerade ein leidenschaftlicher Tempelgänger bist. Aber die Umstände scheinen es zu erfordern, dass du noch ein weiteres Mal über deinen Schatten springst. Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Jiran sollte sich ein Beispiel an dir nehmen. Also, dein Plan ist, dass ich in den großen Adanos Tempel im Rebellenlager spaziere und die Schwarzmagier freundlich bitte ihr Vorhaben zu überdenken. Im Grunde, ja. Wie soll ich bitte in den Tempel kommen? Ich kann doch nicht einfach in das Rebellenlager spazieren. Du erinnerst dich hoffentlich daran, dass ich rausgeschmissen wurde? Was das angeht, du hattest uns doch diesen Gefangenen gebracht. Du meinst doch nicht diesen verrückten Kirai? Doch, genau den meine ich. Es hat sich in mir der Verdacht geregt, dass er etwas mit den Schwarzmagiern zu tun hat. Ach. Da bist du nicht der Einzige. Aber kommt dieser Verdacht nicht ein wenig spät? Ehrlich gesagt hatte ich zwischenzeitlich ganz vergessen, dass er in unserer Zelle sitzt. Wie dem auch sei. Wenn ich recht habe, dann kann er uns bestimmt sagen, wie du auf anderem Wege in den Tempel gelangst. Allerdings hatte ich noch keine Gelegenheit, ihn danach zu sagen. Ja, na klar. Du hast ja auch so viel zu tun. Der Varag wäre ein perfekter Kandidat als Politiker hier in Deutschland. Ist einfach so. Wieso hast du ihn noch nicht gefragt? Tja, ich kam leider ein wenig zu spät. Scheinbar wollte er entkommen. Aber Azaru wusste das zu verhindern und hat ihm eins über die Rübe gegeben. Seitdem ist er nicht mehr aufgewacht. Dass die Umstände nun erfordern, werde ich ihm einen speziellen Heiltrank herstellen müssen. Und was das angeht? Brauchst du sicher auch meine Hilfe, um irgendwelche Pflanzen zu sammeln. Das stimmt. Ich freue mich, dass du mitdenkst. War ja klar. Wieso immer ich? Kann ich mal jemand anders gehen? Durch deine Abenteuer bist du stärker geworden als jeder andere hier. Wenn es einer von uns schaffen kann, dann bist du es. Es wirkt so, als hätte Jiran das alles kommen sehen. Immerhin hat er dir zur magischen Segnung verholfen. Die nichts gebracht hat, außer fünf Stärke. Vor allem ein bisschen Geschick und Mahn haben wir abgesehen. Welche Pflanzen brauchst du denn? Hier hast du eine Liste. Da steht alles drauf, was ich brauche. Irgendwelche Tipps, wo ich suchen soll? Du musst nur durch die Gegend laufen und die Augen offen halten. Wenn dir das alles zu schwer erscheint, dann kannst du auch Miges fragen. Gut, dann bis bald. Beeil dich. Wer weiß, was Jiran alles schon erleiden muss. Wenn es dir hilft, dann kann ich dir auch die Zauber beibringen, die Jiran dir angeboten hat. Und falls du noch etwas über Mana-Regeneration wissen willst oder eine bessere Ruhe brauchst, dann kann ich dir da auch weiterhelfen. Ja, ja, der wird wahrscheinlich einfach nur geknechtet, Jiran. Obwohl, ich habe bald den Verdacht, dass sie einfach zu denen gehört und uns einfach ausgenutzt hat. Wir waren so scheiße. Weil der Typ, der uns da überfallen hat, gerade im Termin der letzten Folge, der hat komischerweise eine Wassermagierrobe angehabt. Eine Wassermagierrobe. Was hat ein Jiran an? Eine Wassermagierrobe. Was hat ein Saturas an? Eine Wassermagierrobe. Die ganzen Wassermagier, das sind alles Hurensöhne. Der Einzige, da noch ein bisschen in Ordnung ist, hier ist hier Visa Vatras. Obwohl der mir manchmal auch ziemlich auf den Sack geht. Das hängt alle miteinander zusammen. Ihr könnt an mir globen. Ich durchschau so was. Die Pflanzen haben wir ja schon gehabt. Aber wir schauen sie nochmal um. Vielleicht ist irgendwas neu. Zum Beispiel die Blutfliege da. Die Boxen war ordentlich. Nichts scavenging da hinten. Weil wir sind ja jetzt zurückgekommen. Aus dem Tempel. Normalerweise war ja dann immer was neu. Also neue Aufträge oder Gegner und so weiter. Und ich hatte ja schon recht mit dem Gegner. Dann ist ein Lagerfeuer. Ist das neu? Ah ne. Du spritzt erst mal. Spritze. Ja. Komm. Guter Junge. Danke dir. Ja. Das ist doch wieder. Das ist doch neu. Aha, Leute. Gut, dass ich gucken gegangen bin, wa? Rick. Du geiler Boy. Mit der besten Stimme. Ab bis hin vom Helden. Rick. Was machst du denn hier? Und Jiran. Ah, du bist's. Der Neue. Der gleich nach seiner Aufnahme als Rebell wieder rausgeworfen wurde. Tja, schafft nicht jeder was. Ha, mach dir nichts draus. Trotz allem bist du noch mein Rivale. Drinnen oder draußen. Das sind auch nichts anderes als bürgerliche Kategorien. Was viel wichtiger ist. Bald werde ich nicht nur als Orkbezwinger, sondern auch als Drachentöter in die Geschichte eingehen. Mhm. Interessant. Was meinst du mit Drachentöter? Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Wonach hört es sich denn für dich an? Ich werde der Erste sein, der einen Drachen bezwingt. Einen Drachen. Schon klar. Mein Einhorn habe ich übrigens auf der Koppel im Dorf gelassen. Wenn ich es dir doch sage, habe ich jemals mit meinen Geschichten übertrieben. Ich sage dir das nur ungern, aber... Ich verstehe schon. Du glaubst mir nicht. Aber das lässt sich sehr leicht ändern. Folge mir und staune. Mhm. Warte mal kurz, davor speichern wir. Hey, Rick. Dann lass uns mal deinen Drachen jagen gehen. Na, geh doch. Folg mir und du kannst noch was lernen. Wie viele Lernpunkte haben wir eigentlich? 25. Zu wenig nur? Na gut, ich bin ja fast level ab wieder. Dum, dum, dum. Yo, wir sind drei Meter entfernt. Oh, häuferkack. Treff ich den überhaupt? Rick darf nicht sterben, mein Junge. Ach du Scheiße. Wir machen's wie mit Turning. Schreie nicht so, Mann. Hau lieber zu. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Okay, da müssen wir uns was einfallen lassen. Also Schaden machen wir an sich hier noch. Wir müssen nur besser spielen. Nee. Hier, guck mal ein Zauber raus. Haben wir noch irgendwas geilet? Nöwlich den Kack hier. Todesklinge beschwören. Ah, ich hätte vielleicht einkaufen gehen sollen. Na gut, ich hab jetzt nicht mit einem Drachen gerechnet. Oder warte, wir hopieren's nochmal. Hey, da ist ja mein Privade. Dann lass' mir geht's. Let's go. Kommt die Buflieger, das wüsste ich ja. Geht auf mich? Ja. 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 So ist gut, Rick. Hau immer schön zu. Ich denke, ein Zweieränder. Ich kau' nur auf den Arsch. Gib mir so wie Turning Vibes. Nein, ich muss hinter ihm. Der hat nämlich keine Ahnung, was er machen soll. Die elende Kröte. Mach Damage, Rick! Schrei ja nicht so rum. Du stehst so schnell nicht wieder auf. Dein Drache ist Geschichte. Schien ja doch ganz echt zu sein. Du hättest mir gar nicht zu helfen brauchen. Ja. Du hättest das Vieh auch alleine zur Schiene gebracht. Aber wirklich. Aber sicher doch. Ich nehme mir mal ein paar von den Schuppen mit. Vielleicht kann Justin ja was damit anfangen. Man sieht sich. Cool, dass ich gegucken gegangen bin. Okay, hier haben wir noch die Pilze. Die Sache mit Belia. Der Dina Mord. Ja, keine Ahnung. Der Innerschrein. Wo war denn der nochmal? War der im Rebellenlager? Wie ist das schon nicht mehr? Hier haben wir eine Blutfliege. Weg mit dir. Oha. Weißer Snapper. Schick, schick. So, dann komm mal her. Das ist bestimmt ein Weibchen da hinten. Da wird andauernd begattet. Komm mal hier. Na komm. Eine kleine. Na komm du erstmal. So, jetzt du. Schick, schick. Dachte, wir wären ein besonderer Gegner gewesen. Na ja. Nur ein Snapper. Ne, wie wir hier oben gucken in der Höhle. Da haben die ja gebuddelt gehabt. Vorher irgendwie drei, vier Folgen oder so. Vielleicht haben sie das Loch aufgemacht. Hier wäre neu. Ne. Ich habe eine Sumpfratte. Aus dem Weg. hacer? Ja. Okay. Ich habe keine Sumpfratte. Haben sie den Durchgang aufgekriegt, weil hier neue Gegner sind? Könnte ich mir fast vorstellen. Nicht so viele, bitte. Das sind wahrscheinlich Krieger, oder? Die haben eine Axt. Ah ne, tiefschwarzer. Easy. Na gut, wenn ich hier verreckt, dann hätte ich mich löschen können, den Kanal. Ja, haben sie so viel gemacht, oder? Mensch, Leute. Hey, du. Man hat mir gesagt, dass du raus bist. Und unter uns. Ray will, dass du verschwindest. Aber du hast mir mit unserem Nachtlager geholfen. Als du schon längst raus warst. Und meine Männer hast du während deiner Aufnahme auch überzeugen können. Also kannst du kein so schlimmer Kerl sein. Ähm, danke. Tut mir leid für dich, dass du raus bist. Verstehe ich auch nicht so wirklich. Bist eigentlich ein tüchtiger Kerl. Halt dich am besten von Ray's Gardisten fern. Die sind nicht so wohlwollend wie ich. Mhm. Hey, Jens. Es geht nichts über Brandix rum. Prost. Hector, der säuft beim Arbeiten. Mach mal was. Ein paar Dunkelpilze. Geduld. Ich komm auch noch dran. Ahoi. Was macht das Hacken? Das ist fast so wie eine Schassure. Bloß das will ich auf Kreuze herumhacken. Soll auf Stein. Man kann sich wohl alles schön reden. Hey, Malte. Malte. Oh, das war uns nochmal wiedersehend, Freund. Hey. Du scheinst es mit der Aufnahme geschafft zu haben. Was machst du denn hier? Ray hat mir gesagt, dass du ein schlechter Einfluss für uns Rebellen bist. Malte, mach keinen Scheiß. Du bist in der Mine hin oder her. Jetzt bist du dran. Kann es sein, dass du einen Hang zu unüberlegten Handlungen hast? Halt Maul. Rays Worte sind gesetzt. Aber warte mal kurz. Der hatte recht viel Leben. Malte, du mal Hurensohn. Das ist wirklich wie im echten Leben. Mieser Spaß. Aber hier gewinne ich. So, jetzt raub ich dich aus. Arschloch. Da ist nichts zu holen. Hey, du. Na, schon wieder am Schürfen? Das scheint mein Schicksal zu sein. Hm, na viel Spaß. Da habe ich mich so aufmalte, ich freue mich an diese Scheiße wieder. Ist hier hinten noch was? Ringt ja um uns Zwinger. Uh, der war da ganz gut. Zeig mal her. Ja. Hier, giftresistent kann ich mal weg. Hier war den. So, mal, da hat sie wieder beruhigt. Er ist ernst verwirrt, der Arme. Warte mal. Hast du dich jetzt beruhigt? Ach, mach doch, was du willst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Gardisten erwischen. Hm? Hm, hm. So, sind hier irgendwelche Viecher neu drin? Nö. Gut, dann können wir eigentlich dem Typ die Pflanzen geben. Mehr sollte es eigentlich nicht sein, oder? Scheiß Bolzen, Junge. Boah, okay, Mensch. Hm, gut. Hauen wir ab. Bitte. Hallo, Herr. Töne Leben. Hauen wir ruhig. Hier wäre Neues drin. Warte mal, ich will mal überprüfen, was ist denn, wenn ich die Banditenrüstung anziehe? Also, greifen mich die Waren trotzdem an? Ja, okay, scheiße. Du Lump heißt das, hatten wir schon mal. So, dann wäre die andere. Dann gehen wir nochmal in die Richtung, ob da irgendwas Neues, vielleicht ein neuer Questgeber oder so. Ne, sieht nicht danach aus, wa? Vielleicht in der Höhle. Die Gegend ist befreit von Ungetiefer. Ich frage mich auch, wo der Drache plötzlich herkam. Also, die sind ja Drachen extrem selten, oder nicht? Und gefühlt, jeder Mod habe ich irgendwie Drachen dabei. Ne, bei Darksaga hatte ich keine, oder? Ne. Da waren nur so drachenähnliche Kreaturen gewesen. Da habe ich neue Pilze gefunden. Hey, Sarah. Hier habe ich blau schimmernde Pilze. Blau sagst du? Zeig mal her. Oh ja, das sind Pilze der Weisen. Was ist denn das für ein bescheuerter Name? Na, aber hallo. Aber ich habe ihn mir nicht ausgedacht. Die heißen wirklich so? Na, Farag hat ihnen diesen Namen gegeben. Was seinen Humor angeht, macht der Jiran eindeutig Konkurrenz. Und die kann man essen? Das kannst du selbst herausfinden. Hier, nimm eine Portion. Es, bevor es kalt wird. Ja, ja. Hier sind noch mehr von den Tempelpilzen. Wunderbar. Dann fange ich besser gleich an zu kochen. Riechst du es schon? Oh, den Duft von leckeren, modrigen Pilzen. Hier, diese Portion hast du dir redlich verdient. Und jetzt iss, bevor es kalt wird. Riechst fertig? Immer noch nicht. Alter, Walter, wie viele Pilze gibt es denn hier noch? Naja, gut. Wo der Inno-Schrein sein soll? Keine Ahnung. Hier ist ein Hals im Rebellenlager. Da komme ich gar nicht drin. Na, na ja. Hey, alter, alterwürdiger Schamane. Ich habe hier eine alte Steintafel. Ich würde sie ja Jiran geben, aber... Das ist bedauerlicherweise nicht möglich. Aber ich werde mal einen Blick drauf werfen. Hm. Wenn ihr wüsstet, wie ähnlich ihr euch doch seid. Hm. Hier steht beschrieben, wie man Feinde mithilfe eines Blitzeinschlages niederstreckt. Blitzeinschlag? Was gibt es denn daran nicht zu verstehen? Ein Blitz kommt vom Himmel, saust auf deinen Gegner hinab und... Wumms! Ah! So etwas hat dieser Zorik auch eingesetzt. Dieser Zauber scheint sehr mächtig zu sein. Wenn es dein Wunsch ist, dann bringe ich dir die Grundlagen des Zaubers bei. Ja, ja, ja. Schamane-Ruhe wollen wir nicht. Hier, ich glaube die Pflanzen. Ich habe die Pflanzen. Sehr gut. Ich habe schon alles weitere vorbereitet. Ich muss nur noch... Das wäre geschafft. Hier, hast du den Trank. Hoffen wir mal, dass er schnell wieder zu sich kommt. Naja, hoffen wir mal die Beste, wa? Warte mal, hast du noch nicht gewahren? Hallo, Varag. Oh, nee, warte mal. Oh, doch. Hallo, Varag. Oh, 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 oh. Kronstöcke. Du hast ja nur Scheiße, Mann. Nur Kacke hast du, Kollege. So, was ist eigentlich mit dir? Was hast du anzubieten? Uh, oh, 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 oh. Ein Handwerfen. 80. Inquisitor. Gottes Willen. Aber der ist wieder so scheiße kurz, oder? Kassi, ist der Scheißhammer. Naja, wir nehmen mal mit. Kommen. Sei es drum. zwei handwaffen die verkaufen war alle außer eine spitzhacke dann haben wir gold wieder drinnen er sagt ja mal kurz das ding ist ich behalte erst mal dritte und wenn ich wirklich mehr schaden brauche dann kann man noch switchen schon weil ich einfach fünf weniger einhand habe dann so wir nehmen noch mal fünf stärke mit bei ihm hier als maul kannst du mir etwas beibringen 15 naja kommen die weimar mit okay auch nicht ich denke das reicht erst mal erst mal ja naja gut dann gehen wir jetzt hier zu dem gefangenen geben ein kuss und wecken ihn auf der ist doch wach du bist ja auf so habe ich die die scheiß pflanzen hier schlafen hier nimm das du wirst mich jetzt sofort in den adenos tempel bringen ich weiß dass du mit dem teleporter umgehen kannst aber mach keine dummheiten ich behalte dich im auge okay folge mir den lichtern hinterher waren vielleicht etwas zu viele pflanzen naja ja warte mal haben wir eine pfanne hier noch irgendwo muss man ein fleisch braten da war der bestimmt vor allen dingen ist vertrauen bei dem oder was er kann nur so tun und dann schickt er mich irgendwo an den arsch der welt oder mitten ins feindes lager so wo ist er jetzt ist er hier näher zum tempel okay so da ist ja er kommt so wir speichern und wir essen erst mal was aber hier nee dazu gut hier wir nehmen fleisch ich hab's doch gesagt nicht meine beste idee bisher ja war der dümmste mir läuft die zeit davon ich muss schnell wieder zurück zu war und einen neuen plan aushacken der plan war komplett beschissen und jetzt habe ich zwar nicht gedacht dass der sich einfach verdrückt aber der hätte uns einfach woanders hinschicken können aber da sind solche lästerschwestern holy shit die bürgeln echt nicht um mich haben wollen so du alter sack schlechte nachrichten neugrücken neugrücken so wir haben ein problem durch das rebellenlager die wollen mich tot sehen wie soll ich denn bitte bis zum tempel vordringen mit einer menge hilfe und einer prise magie naja an sich sind ja nur 5 6 leute die mich tot sehen wollen oder wir sind doch ja nicht unten money money dann james und wie ist der andere ach keine ahnung hab schon wieder den namen vergessen und der andere typ und oben im lager sind es ja auch bloß 4-5 man summit way ich schaffe ich da easy mir juckt ganz was anderes die krieger sind sicher sofort auf deiner seite wenn du in das lager eindringen willst selbst mit der hilfe aller krieger aus eurem dorf würde ich nicht mal durch das hä? laberst du? außerdem sind dort viel zu viele menschen die damit eigentlich gar nichts zu tun haben raymond ist der feind nicht die rebellen daran habe ich auch schon gedacht ja aha ich werde versuchen so viele rebellen wie möglich für kurze zeit in einen tiefen schlaf zu versetzen sowas kannst du? sowas könnte ich dafür brauche ich aber ausreichend magische energie du hast doch mal für jiran einen magischen fokus gesucht hast du den noch? nein den hatte jiran bei sich verflucht dann musst du unbedingt nach ähnlichen gegenständen ausverhalten ohne so einen fokus schaffe ich das nicht und dir fällt nichts anderes mehr ein? das ist das einzige das unseren freund nein uns alle noch retten kann schön und jetzt? wir sollen zum Sumpftempel und die Teleportrunde von jiran verwenden also machen wir das einfach mal ich bin gespannt ist es nicht schön in diesem Dorf zu leben wie war das noch gleich? einfach jirans runen zauber einsetzen glaube ich bespeichern alter hab ich glück gehabt holy shit der kleine Hurensohn so jetzt erstmal ihr hier natürlich jede Erfahrung mit die wir kriegen können Junge es bleibt doch mal stehen na endlich weil die Bossgegner die werden schon immer stärker das gefällt mir nicht so nicht dass ich irgendwann unter dem Level bin weil ich als Krieger sind ja alle Level wichtig sind wir mal ehrlich wenn man so magier ist wie manch andere Let's Player bei der Mod also nicht so ein Problem oder Bogenschützer was weiß ich weil ich hab mal reingeguckt bei den anderen Let's Playern auf YouTube und ich hab ja gefühlt alle Bogenschützer oder Magier ey komm mal runter bitte schön damals wie dicke Lörker was ist denn da hinten was ist das denn das war Vatras ein Wassermagier der in dieser Modifikation gar nicht vorkommt bis jetzt und jetzt ist er auch noch nicht er weg was ist denn das für ne Scheiße ok immerhin Vatras und nicht Saturas wenn Saturas gewesen wäre hätte ich gedacht hier ist der Erzfeind der Erdbösewicht hier vor der Mod so ist nicht der scheiß Golem der runtergefallen ist ist er wieder oben aber hier sägen nicht im Wasser naja gut jo da ist er wieder fällt schon wieder runter der Kloppy den hole ich mir auf den Rückweg ein Snapper zwei sogar ja ja Hm, hm, hm. Das ist ein Maincrawler. Ah ne, riesen spinn, tut mir leid. Soviel Zeit muss sein. Hier sind auch was Neues. Drei neue Schattenhäufer vielleicht. Ne, alles ruhig. Hier schon wieder. Ja komm her, stöhne nicht so rum. Du willst es doch auch. Schön. So, kommen noch ein paar Beißer. Ja, da sind noch welche. Schön rohes Fleisch besorgt. Gibt ja kaum noch was. Und das ist ja in der Mod ziemlich mächtig, muss man sagen. Immer schön 14% vom Leben. Das schmeckt. Was denn des Wortes? Ihr schmeckt nicht so, ihr dreckigen... Kack, Warane. Wer ist denn mit Kritten? Geht doch. So, wir speichern mal, vorsichtshalber. Nicht, dass ich alles normal machen muss. Wenn ich mal unaufmerksam bin. Aha. Racer. Scheiße. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Gut, dass der gerade nicht gekommen ist. Sonst wäre ich gestorben wahrscheinlich. Noch wer? Ne. Okay, der Weg ist wieder frei. Gab gut Loot. Und... Erfahrung. Müsste doch bald wieder Level Up sein, wa? Ja. Paar Gegner noch. Der Kovic muss mich nicht mehr heilen. Und wir kommen... ungestört zum Bett. Ist ja gleich hier um der Ecke. Ach, scheiße. Ist ja noch der Gulen. Warte mal. Der wird ja jetzt oben stehen, schätze ich mal. Schaffe ich den unten, ohne dass ich Schaden kriege? Weil er ihn hielt oder ich bin tot. Safe. Da kommt er. Na komm mal her, Kollege. Wo willst du denn hin? Der ist ja mal komplett verwirrt. Vielleicht bin ich heute wieder runter. Liegt doch gut. Ach, diese verfickten Harpien. Ich werde wahrscheinlich doch noch was essen müssen. Außer ich spiele jetzt clean. Dann passt das. Aber ich habe ihn... Ah, da haben wir es schon. Ich kann die Reichweite immer von dem Scheiß-Wiecher nicht einschätzen. Für mich kommt immer noch vor, als ob die irgendwie Kilometer entfernt sind. Aber dann treffen sie mich doch. Besonders ein Dermot ist das irgendwie. Besonders schlimm. Jetzt auf der Arkina. Weg mit dir. Die erste haben wir. Perfekt. Jetzt die zweite bitte. Komm mal runter. Ja. Haben wir auch. So. Die Scavenger bitte noch. Stufel stiegen. Perfekt. Ist da hinten noch irgendwas? Aber wir gehen jetzt mal schlafen, würde ich sagen. Gute Nacht. Da sind nämlich noch Harpien. Jetzt erst mal einen Kaffee. Hm. Ich den lieber schwarzen Tee. So. Hier noch irgendwas Neues. Anscheinend nicht. Okay. Dann haben wir alt geplättet. Außer die habe ich natürlich. Mir. Zwei. Oder? Ja. 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 so die tru hat man schon aufgemacht glaube ich oder ja dann können wir jetzt hier runter vorsicht da unten hier ist die spielfigur wie gesagt einfach mal warten dass sie zuschlagen wollen aber 12 und drei vielleicht sollte das mal näher rangehen haben wir perfekt so dann können wir wieder raus ok dann müssen wir zurück zum teleball darum oder nicht sollte eigentlich da der wand sein grafikfehler vielleicht noch eine textur wie placer installiert habe ich will es nicht wir stellen uns einfach mal hier hin speichern so zurück bitte holst du nicht ab man geht doch so kumpel ich habe die fokus steine gefunden jetzt schläfern wir jetzt ein typ mal ein dann machen wir so nackig also passen des wortes nackig obwohl sie hat nur kerle und doch nicht ich habe die magischen fokus steine sogar drei stück das sollte funktionieren ich werde das ganze lager fernweilchen einschläfern das wird meine ganze magische kraft erfordern aber wir müssen es versuchen doch zuerst müssen wir drakos einbeinen er tappt schon viel zu lange im dunklen ohne seine unterstützung werden die kambatscher und die anderen krieger nicht folgen und jetzt kommt der anführer der weiß einfach die ganze mord einfach von nichts das wird gerade benutzt geduld ich komme auch noch dran da seid ihr ja adanos hat mir offenbart dass etwas schreckliches passieren wird und er hat mir auch gezeigt dass du da seid ihr ja darin verwickelt bist was habt ihr beiden dazu zu sagen es tut mir leid drakos dass ich dir einiges verschrieben habe ich werde dir nun alles erzählen das klingt ernst und wir haben wirklich keine andere wahl nein die haben wir nicht unsere einzige chance ist in das rebellenlager einzufangen wenn du dich erst laufen meine männer in den tod dann betet dass ich mich nicht die zukunft des dorfes vielleicht sogar der ganzen menschheit hängt davon ab du bist dir also wirklich sicher dass du das tun willst geiler auswahl ich habe keine andere wahl ich muss gehen dann soll es so sein nimm jeden unserer krieger und jäger mit die du finden kannst sie sind auf so etwas vorbereitet und kennen den treffpunkt schick sie einfach dort hin komm dann zu mir wenn alle bereit sind ja ja ich werde schon mal vor dem lager auf euch warten vorher rüstest du dich besser nochmal neu aus wer weiß dass dich dort im tempel alles erwartet du bist ein mutiger mann ich wünsche dir viel erfolg in deinem bestreben möge adanos dich auf deinem weg begleiten ja ja wird schon schief gehen ja ausgerüstet halb mich an sich schon beibringen kann mir keiner mehr was bist du ein jäger wahrscheinlich nicht war wo wir hier seid ihr grüßt naja danke für die unterhaltung kajor wir werden das rebellenlager stürmen wenn du das sagst ich warte mit den anderen in der ruine vor dem lager viel spaß hey tukas mach dich bereit für den angriff ja kein unsinn wir sehen uns am treffpunkt die wahrscheinlich jahre nicht die magie adanos umgibt uns alle hier schatten kann er mitkommen ne anscheinend nicht mord ist ist das nicht eine wunderschöne frau leck mich hey asahu wir werden jetzt ins rebellenlager einmarschieren verstanden wir treffen uns vor dem rebellenlager der gefällt mir klipp und klar und kurze sätze so gefällt mir das nicht weil ich jetzt hier schwafel das ist ein adanas-Typ hier naja hoch hier so Männer auf in den Krieg mach dich für den Angriff bereit wie du meinst wir sehen uns vor dem Lager hey Kambodscha kannst du mir etwas beibringen na perfekt ich denke das reicht erst mal naja du bestimmst vor allen Dingen du bereiten wir uns auf den Angriff vor gut wir treffen uns in der Ruine vor dem Rebellenlager treten wir den Gardisten mal kräftig in den Arsch naja die nehme ich gleich mal mit naja die war der hier unten oder oder ob hey Krieger der Schleiter ganz gemütlich Was hast du anzubieten? Noch irgendwas besonderes, Kollege? Anscheinend nicht. Hä, wo ist er hin? Ach, der steht vorm Lager da gesagt, oder? Ja. Hm, Küchenutensilien und Essen. So, da seid ihr ja alle. Ich bin der Anführer. Beschlossene Sache. Muss in der alte Sack. Da steht er rum. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für die Folge. In der nächsten Folge machen wir die Rebellen nackig. Wir speichern hier nochmal ab. Und hier auch nochmal. Und dann sag ich, bis zur nächsten Folge. Haut da rein. Also, ich sage bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.